wollte direkt am anfang unterhose auf dem kopf ich will dich ganz allein und von vorne und von hinten und von vorne und von hinten ja ist das lied noch mal ist das ein lied überhaupt rakete data es war sehr schön heute mit dir zu reden und die geißel und den lichting zu bekämpfen wir haben heute die dina der geißel bekämpft rakete date da ist wer hat knechte gekillt hat in den bett ist er bleibt nicht aber klö hat scheinbar reingestochen und blieb daneben stehen aber das glaube ich nicht also ich bleibe so an knecht dies arsch ich wollte wurde gefressen die kabel dann ist das wieder weg oder ich sehe eine leiche ist das witzig eine sekunde habe ich mich im flur umgeguckt und komme wieder und dann liegt knechte tot ja ich sag ehrlich ich glaube wahrscheinlich war ich war geworloggt nein ich glaube ich bin warlock gewesen warte mal wenn ich warlockt werde dann steht der nächste an mir und nicht ich an jemand hör mal zu hör mal zu wenn ich die frage wenn ich jetzt warlockt werde stirbt dann jemand an mir oder ich jemand an wem erstens die frage ist glaube ich die du stellen möchtest wenn du geworloggt wirst ne dann schiebt die person an dir der warlock nicht sein target also nicht den den er gekürzt hat das wäre der ninja aber aber was ich mir das ist dann du kannst auch jemanden verzaubern und dann stirbt irgendwer genau das ist der warlock das ist der warlock äh was heißt kann es sein wenn Knecht die warlockt wird stirbt hör doch mal zu ich muss wissen du bist geworloggt du bist gekürzt kommt einer zu dir klick der typen knopf stirbt der andere oder ich will wissen ob ich sterbe oder der andere schau dir einfach das den clip von flest an wo erst magi warlockt okay dann weißt du dann wurde ich geworloggt dann wurde ich geworloggt wahrscheinlich ja von schoschi ich habe einfach mal kleur geworloggt so freunde passt mal auf hier meine konversation mit spinky er schickt mir hier so ein döner ja er schickt mir hier den döner und dann sage ich Junge ich will dich äh dann stuff also war auch falsch und dann auch nicht dich und er was und schickt mir dann dieses Bild cringe warte mal das ist aber ein GIF ich will mich in die das ist ich will okay wo ist er Oh, hallo? So, jetzt. Ja, ja. So, komm mal raus hier aus dem Wind. Nummer gelegt, danke. Ja, Junge, aber keine Scheiße. So, Spinky, in 10 Minuten geht es los. Hast du Bock? Spinky! Spinky, Spinky. Pakete, gar kein Problem. Spam den Button. Spam den Button. Hier ist einer am Wind. Ich bin da wach, Sheriff. Ich bin da wach, Sheriff. Jetzt hat er mich gekillt. es ist so schoschi habe ich getan sechs menschen tot das ist so schoschi der erste wenn es nach mir geht darfst du das nächste Mal Kamelion wirklich ausmachen Karilo du bist Karilo du bist nicht gemütet Faro dankeschön warum darfst du das Kamelion ausmachen im Y ist der erste tot und ich war mit Claire rechts unten richtig jemand hat geteimastert irgendeiner hat doch in den Time Master reingedacht ich stand einfach komplett oben im Leid doch oben sind Communication wo das Leid ist stand ich die ganze Zeit das Kamelion rechts in der Ecke und der erste hat mich irgendwann entdeckt als Kamelion wollte er dann in mich reinstechen ich zünde meinen Time Master Schild laufe weg und Faro sieht das und dann habe ich mich versteckt und jetzt ist Terz tot ihr habt nur Terz gesehen er hat dauernd auf Benz gestanden also wirklich immer Terz auf Benz er hat dreimal den Lichtkasten als Task gefakt sag's mit dem Namen ich will's aus deinem Mund hören ich hatte keine Lust zu laufen und bin gewandet so das klingt halt real ja das das klingt schon realistisch ich glaube dir das sogar aber ich sag wie es ist ja wenn das was Katze sagt stimmt dann ist Faro ja böse nee war gelogen Faro war der Time Master ich wurde gerett ich hab ihn erschossen ich bin der Chef was ist jetzt mit Joshi passiert nee 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 also das ist Faro Faro nee Faro ist der Time Master schade ja gut Faro ist aber ein Staubsauger also ich war halt Sheriff Katze ich war halt Sheriff ja ich hab dich getimastered was ist denn das boah nein ich produziere Leiche und Faro ich guck so auf dem Table und ich seh halt da ist einer in Office die ganze Zeit noch ey wieso hast du denn viermal den Lichtkasten gefakt du sagst halt vor der ist da dreimal den Lichtkasten als Task gefakt ja du bist da dreimal hingelaufen und das Lichtkasten ja nein hallo YouTube warum hast du dreimal den Lichtkasten angelaufen ja weiß ich nicht ich wollt den ich hab keine Ahnung ich wollt ich wollt einfach irgendwie aus dem Band schießen ich war mir so sicher du bist so böse Alter du gehst da dreimal rein ohne das Licht zu an beim ersten Mal läufst du rein gehst an den Lichtkasten läufst nach unten links Licht geht aus gehst wieder hoch aber los das war aus dem Band ja lustig zu beobachten ja das ist das Lust Gameplay ne ja stark 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 ja Leute an der Stelle hallo YouTube Freunde ich grüße euch ne das war ne lustige Sheriff Runde ne das war ne lustige Sheriff Runde erlasst mal gern follow da Freunde würde mich sehr freuen und checkt mal gerne die anderen YouTube Channel aus okay macht es gut aber er spielt halt mit anderen genau alle cool du kriegst ein Downgrade in der Lobby Kus Kus bis dann ja ja danke euch fürs Mitspielen jes danke fürs Einladen vielen Dank macht es gut ciao tschüss 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 tschüss